so ich hab's ja versprochen jetzt muss ich es auch einhalten ein horrorspiel silent hill insanity einige kennt es ja von der ps4 da gibt es das ja das pt auch bevor beziehungsweise das demo zur zum neuen silent hill und hier haben wir mal ein indie game davon für den pc so ich hatte schon mal irgendwann angetestet gehabt aber es ist noch weitaus mehr als diese acht dinger da die ich magge hat gespielt hatte die pintu wird darkness peering lange seite der edgar l im po ja du mich auch im po so dann wollen wir mal und das ist immer noch tierisch laut hier gerade bei mir auf den kopfhörern so fast so ähnlich wie auf der ps4 aber ich hoffe mal nicht ganz so schreckhaft musst du aufgehen mensch bleibt doch zu sagen wir denn da head tunnel dear william reyers goethes faust ach so so da ist das ist das laut hier ich muss mal kurz ein bisschen laser machen so auch geschlossen ist immer noch so laut das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht mal kurz ein bisschen blutverlust ist immer gut so wie man sagt kennt geht das hier immer rundherum rundherum schöne musik tut das denn dort die badezimmer tür ist offen so sieht man auch noch so sieht man auch ne wo waren goethes faust war hier drinnen ne die sind wir noch da denn nicht bleibt halt zu geht auch nicht hat sich nicht viel verändert hier halt die klappe kann ich eigentlich auch raus nähe da geht überhaupt nichts ist das bild von der wand oder was krass es geht auf jeden fall weiter ist auf jeden fall die musik weg rot licht milieu die lampe bleibt heile krass hat aber einen langen arm hier ist nix hier ist jetzt zu badete zimmer auf der ps4 lag hier ein fötus drin oder irgendwie sowas hier ist nix weiter lass mich mal raus hier ist nix hier ist nix komm ich raus jo mäh irgendwas gibt's noch zu machen aber was langsam wieder runter soll ich denn hier machen hier gibt's nix nix irgendwo können sie von da vorne was mitnehmen nix 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 ist auch gar nix nix Geht mal noch nicht. Du ding, ding. Ja, Mensch, dann lass mich doch durch hier. Boicht, boicht, boicht. Ach, jetzt kann ich ein Teddy mit... Ach, nee, ein Schlüssel. Mal gucken, ob ich jetzt hier durchkomme oder ob ich... eine Tür aufmachen muss. Ja, lass mich raus. Ich gehe ja schon. Kann ich auch sprinten? Ja, ich kann auch sprinten. Die Tür geht auf. Hallo. Ich habe dein Knie gesehen. Oder wie hieß es bei Henry Valentino? So, da ist es jetzt offen. Komme ich jetzt hier durch? Baut's. Ja, jetzt geht's weiter. Das ist ja schon wieder wunderschön hier. Hier ist nix. Du wiederholst dich. Ist auch nix neu? Sehr schön. Auf jeden Fall ist jetzt das Radio hier ruhig. Dann kann ich eigentlich hier durchlaufen, wa? Ja. Die Delfo, Mann. Moment, ich komme schon. Ich muss mal gucken, ob alles ein... Lot ist. Was ist das eigentlich für eine Tante? Oh, alles voller Blut. Und noch mehr Blut. Und noch mehr Blut. Und zugeschlossen. Was ist denn jetzt los? Auch zu. Auch zu. Hallo? Geh schon ran. Wenn nicht. Oh, ne Pizza. Große Krabbe. Und es geht weiter. Telefon immer noch. Ich hab das doch da hinten erst kaputt gemacht. Oh, 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 oh. Das Grammophon ist weg. Ah. Hoffentlich hat das fast geholfen jetzt. So. Hier ist nix. Hallo. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Pups. Und tschüss. Oh, Mensch. Jetzt hör ich mich doch vor diesen Blutflecken da erschrocken, eh. Okay. Jetzt mit Funzel. Nix Neues. Nix Neues. Nix Neues. Die Audio Datei wiederholt sich immer noch. Kann ich auch nix machen? Das ist doch die vom Beet. Du bist ekelhaft. So. Gab's hier was zu tun? Die Tür ist zu. Scheiße. Scheiße in der Lampenschale. Das gefällt mir nicht. Ist hier irgendwas? Huuuuh. Hab ich was übersehen? Bringt nix. Ja, ein bisschen zu viel Eisen gegessen, wa? Oder Messing. Schnell durch hier. Schlüssel auf den Pott. Kommt mir bekannt vor. Tomp oder Kastenäppel von Clara. So, wie oft soll ich das hinten eigentlich noch kaputt hauen? Und dich. Ist nix wie immer. Jetzt ist das Kramofen wieder hier unten kaputt. Buh. Schnauze. So, ich geh aufs Lokus. mit Blut in der Wanne jetzt. Ui. So, sieht schon besser aus. Steht auf einmal ein Kinderbild da drin. Blut am Fernseher. Nix Neues. Kann ich durch? Ich kann durch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Runden es gibt. Statt meiner Beschreibung drin, ne? 25? 30? Puh. So, nix Neues. Das Kramofen könnte sich mal einen anderen Klingelton aneignen. Ist hier wer drin, ne? Nix. Nix. Was ist denn hier? Ach so. Nimmt man zum Waschen. Na? Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Uah. Tag, Mutti. Buh. 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 Das ist auch schon wieder zu. Die habe ich was hinterlassen. Oder geht jetzt die andere Tür auf? Also die da vorne. Jetzt höre ich auf, so zu atmen. Ist hier was? Hier ist auch nix. Sieht aus wie so ein Hundenapf oder sowas. Hallo. Wo gibt's hier was? Die Wanne ist voll. Ditt, 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 ditt. Auch nicht. Warum die Tür jetzt da nicht? Also die könnte ich ja jedenfalls betätigen. Also denke ich mal, dass die da nicht aufgeht. Aha. Nix, nix. Nix. Ach, da lag was. Das war jetzt genau der Schlüssel hier, oder was? Scheint so. Brett. Das ist grammophon. Du knarrst ganz schön. Ah, das war ein bisschen strecken. Hier ist nix. Hey, du. Steh auf. Hm, ich geh lieber weg. Bäh. Nja. Das ist ja brutal hier. Übelste Sorte. Gibt mir Ohrenkrebs. So, geht's weiter? Juhu. Was ist denn jetzt los? Hört sich an wie in der Heizung oder so. Auf jeden Fall ist das Blut weg. Kisten sind wieder da. Gramophon weg. Goethe's Faust ist immer noch da. Sie ist weg, Blut ist weg, Blut ist weg, Scheißhaufen ist noch da, beziehungsweise zermatschte. Oh, das Kind, da bitte ist auch wieder weg. Was macht ihr hier mit mir, Mann? Sehe ich da Beine? Ne, ne, ne? Außer diese Stuhlbeine. Pizza, Pizza, nix. Kann ich weiter? Oh, jetzt fängt die Töle wieder an zu schreien da. Das ist wieder Rotlicht, Milieu. Da liegt was. Da ist zu. Tag. Na? Tschüss. Uah. Ich mach dich kaputt. Ich sag's dir, ich mach dich kaputt. Hier ist ein Kinderbett. Ich mach dich kaputt, ich sag's dir. Was ist hier los, Mensch? Komm her. Vom Windzug umgefallen. Mann, 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 du. So, gibt's hier sonst noch was? Pizza ist jetzt auch schon zehn Tage alt. Puh. Und nun? Irgendwann muss doch mal vorbei sein hier. Die liegt ja immer noch. Ist das nicht kalt auf dem Boden? Jetzt ist hier ein Regal. Krass. So, hier gilt das Faust, ne? So, du Dumpfnudel. Du bist hier nicht mehr. Du bleibst da liegen, ja? Wäre nett. So, hat sich hier was getan? Nö. Außer das unsichtbare Baby. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Deine Knochen hören sich merkwürdig an. Halt, falsch, das. Ich wollte F drücken. So, nix mit Baby. Äh, Teddy, nicht Baby. Und weiter. Warten jetzt. Jetzt. Goodbye, sweetie. Moin. Nicht goodbye? Hier liegt er ja immer noch. Ui, ui, ui. Kross. Komm her. Ähm, du stehst da hinten, ne? Warte, 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 warte. Nicht so schnell. So. Na, wenn das so einfach ist. Noch mehr von euch? Habt nur noch sechs Schuss, das ist nicht viel. So, geht's, geht's immer noch nicht raus. So, noch ne Runde. Machen wir noch ne Runde. So, auf jeden Fall ist dieses Viech jetzt schon mal hin. Hey, ich hab Ammo dazugekriegt. Das ist jetzt wieder alles normal. Guck mal, schönes Beet, ne? Schön. Landschaft. Blut ist weg. Bett ist immer noch kaputt. Und die Kisten sind wieder da. Und Goethes Faust. Ach ja, wollen wir mal hier reingucken. Alles schön sauber, außer der Boden nicht gewischt. Mhm, auch nichts Neues. War's das jetzt, oder was? Was kommt jetzt noch? Ich hab ja was vergessen. Wo ist hier noch was? Die Pizza. Mit extra Wurst, äh, mit extra Wurst, mit extra Soße. Extra Wurst. Ist hier noch was? Ist nix. Hier ist auch nix. Achso, da kann ich nur die Tür zumachen. Kissen kann man auch verschieben. mehr oder weniger. Wollen wir noch einmal draufhauen? Na? Die Türme bleiben jetzt auch offen. Hier ist nix. Wart noch was im Klo? Oh, nee. Hum, 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 hum. Im Schrank? Teddy geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Da ist auch nix drauf. Ist doch gar nix. Warum kann ich jetzt hier raus? Oh, krass. Ich kann hier raus. Oh, krass. Was ist hier los? Äh, lass mich zufrieden. Kann ich hier wegfliegen oder was? Ich kann den Hubschrauber rein, krass. Was ist jetzt? Äh. Ich hab keine Hände mehr und keine Waffe. Mhm. Ist das jetzt hier ein Endloschreif oder wat? Hallo, Teddy. Ich verstehe nicht, wer hier oder was sagen die da? Die Stimmen waren auf jeden Fall eben noch nicht da. Vor allen Dingen, was ist das für ein Helikopter? Moin. Moin. Das war's jetzt? War's jetzt hier eine Lösung? Soll ich mal auf nix klicken? Da passiert ja gar nix. Doch. Ach, das war's. Ach, das war ja gar nicht so schlimm. Ach, naja, gut. Ja, ich glaube, da muss ich noch mal was anderes raussuchen, wa? Ne, ich verspreche jetzt mal nix. Nicht, dass ich da wieder irgendwas machen muss. Aber wenn's gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Film, äh, äh, doch beim nächsten Film. Ja, genau. Beim nächsten Video. So, und reingehauen. So, und reingehauen.